Traumhaftes Wetter bei uns in Elmau am Wilden Kaiser. Brauchen wir natürlich, wir haben wieder ein tolles Wochenende für uns mit super Veranstaltungen. Hier zum Beispiel am 27 Lochgolfplatz Wilder Kaiser. 30 Jahre Club of Masters. Sportler helfen Sportler. Eine tolle Veranstaltung. Dann am Samstag ab 11.40 Uhr kommen sie uns die Oldtimer. Kitzbühler Alpenrallye macht halt bei uns mit über 200 tollen Fahrzeugen. Und ganz schön wird es am Samstagabend zur Herz Jesu feiern. Da wird ein riesengroßes Herz gebrannt direkt am Wilden Kaiser. Kommt zu uns und feiert mit uns ein schönes Wochenende in Elmau.